Einen besonderen Bild-Effekt mit Hilfe des verflüssigen Filters in Photoshop erstellen. Wie sich das ziemlich einfach umsetzen lässt, zeige ich dir in diesem Video. Das Bild, das ich für dieses Projekt herausgesucht habe, ist wie immer verlinkt in der Videobeschreibung und wir starten das Ganze damit, dass wir eine Auswahl für die Personen im Bild erstellen wollen, auf die wir diesen Effekt anwenden möchten. Je nach Bild funktioniert das ja relativ einfach, zum Beispiel direkt hier unten in der Taskleiste auf Motiv auswählen. Alternativ könnt ihr natürlich auch links mit dem Schnellauswahl-Werkzeug die Auswahl manueller stellen. Mit diesem Werkzeug werde ich meine Auswahl jetzt auch noch so ein bisschen nachkorrigieren. Wenn wir damit aber zufrieden sind, dann wollen wir jetzt den ausgewählten Bereich in eine neue Ebene kopieren. Dazu muss die Auswahl also aktiv sein, unser Hintergrundbild ist angewählt und wir drücken den Shortcut STRG-J. Dadurch sehen wir schon, haben wir nur die Person in eine neue Ebene kopiert. Das Ganze wiederholen wir nochmal, also nochmal STRG-J, dass wir die Person einfach zweimal haben. Jetzt achten wir darauf, dass die oberste Ebene angewählt ist. Dann gehen wir oben auf Bild, hier auf Korrekturen und dann auf Sättigung verringern, um diese Ebene erstmal farblos zu machen. Und diese farblose Ebene, die ist es auch, die wir jetzt mit dem verflüssigen Filter bearbeiten möchten. Dazu machen wir nochmals einen Rechtsklick auf diese Ebene und wollen sie in ein Smart-Objekt konvertieren. Und wenn das geschafft ist, dann gehen wir jetzt oben in der Leiste auf die Filter und hier auf den verflüssigen Filter. Dadurch kommen wir in so einen extra Arbeitsbereich rein. Hier nehmen wir links oben das Mitziehen-Werkzeug. Ihr seht hier rechts meine Einstellungen dazu. Die Größe habe ich auf 600, wobei das natürlich abhängig ist von dem Bild, das ihr bearbeitet. Und mit diesem Werkzeug können wir jetzt einfach links vom Gesicht ungefähr auf Höhe der Augen mit gedrückter linker Maustaste ansetzen und dann eben von links nach rechts hier einmal rüberziehen. Und ihr seht, was dadurch passiert. Das sieht im ersten Moment natürlich jetzt noch nicht besonders gut aus, aber diesen Schritt, den wiederholen wir jetzt einfach noch zwei bis drei Mal. Und so setzen wir einfach nochmals hier links an und ziehen also nochmal das Ganze nach rechts rüber. Und beim Rüberziehen könnt ihr auch direkt schon entscheiden, wie weit ihr das Ganze eigentlich nach rechts rausziehen möchtet. Ihr seht, ich stoppe schon an dieser Position. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch noch viel weiter ziehen, wenn ihr möchtet. Und jetzt mache ich das noch ein drittes Mal. Einmal komplett hier durchziehen. Und jetzt eben bei diesem dritten Mal dann auch wirklich entscheiden, wie weit soll das Ganze gehen. Viel weiter würde ich das gar nicht aus dem Gesicht rausziehen. Das sieht eigentlich schon ganz cool aus, aber ihr könnt das natürlich gestalten, wie ihr möchtet. Ihr könntet das auch nach oben oder unten bewegen, je nachdem. Wenn wir zufrieden sind, dann können wir aber hier unten rechts auf OK drücken. Und durch diese Art Spalt, die wir hier jetzt kreiert haben, entsteht eben dieser Effekt, dass wir diese farblose Ebene haben. Und durch diesen Spalt schaut praktisch die Ebene hindurch, die die Farbe beibehalten hat. Das ist auch schon das Grundprinzip dieses Effekts. Wir wollen das Ganze jetzt noch ein bisschen verfeinern. Und dazu haben wir uns ja extra zwei Ebenen vorbereitet. Das heißt, wir haben einmal die Person in einer farblosen Ebene und einmal in einer Ebene, in der die Farbe beibehalten wurde. Und separat davon haben wir nochmal den Hintergrund. Und genau diesen Hintergrund wollen wir jetzt auch anwählen. Und hier würde ich jetzt auf die Einstellungsebenen gehen und einmal Farbton-Sättigung hinzufügen. Das bringt uns jetzt nämlich die Möglichkeit, den Hintergrund unabhängig von der Person zu bearbeiten. Heißt, wir können hier jetzt zum Beispiel die Sättigung für den Hintergrund runternehmen. So kann man das einfach noch so ein bisschen herabsetzen oder sogar die Sättigung ganz rausnehmen. Je nachdem, wie man das Ganze eben gestalten möchte. Und auch das hat auf jeden Fall einen coolen Effekt. In dem Fall würde ich die Sättigung mal vielleicht so auf minus 60 stellen. Das gefällt mir insgesamt besser. Aber im Endeffekt wäre das dann auch schon der fertige Effekt. Ziemlich schnell und einfach gemacht. Wie immer hoffe ich, dass es verständlich erklärt war. Und wenn du jetzt noch mehr über Photoshop lernen möchtest, dann schau wie immer gerne in die Videobeschreibung. Da ist nämlich mein ausführlicher und mehrstündiger Komplettkurs verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, hören wir uns bald mal wieder in einem meiner nächsten Videos.